Information zu Sonderzug ERB 99 3 72 nach Hengelow über Oldenzahl, Abfahrt 16 Uhr 8, heute von Gleis. Information zu RE 1 nach Gera und weiter nach Schmölln, Abfahrt 21 Uhr 9, heute ca. 50 Minuten später. Grund dafür sind Gegenstände im Gleis. Information zu S8 nach Mönchengladbach, Abfahrt 16 Uhr 42, heute ohne Halt in Düsseldorf Friedrichstadt, Düsseldorf Wilk, Düsseldorf Völklingerstraße, Düsseldorf Hamm, Neuss Rheinparkcenter und Neuss am Kaiser. Information zu RB 64 nach Enschede, Abfahrt 20 Uhr 43, fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RB 64 nach Enschede, Abfahrt 13 Uhr 26, heute ca. 10 Minuten später. Grund dafür ist eine verspätete Bereitstellung. Information zu RB 64 nach Enschede, Abfahrt 18 Uhr 43, heute ca. 10 Minuten später. Grund dafür ist eine außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung. Information zu S8 nach Hagen, heute nach Wuppertal-Vorwinkel, Abfahrt 18 Uhr 48, heute ohne Halt in Wuppertal-Donborn, Wuppertal-Zoologischer Garten, Wuppertal-Steinbeck, Wuppertal-Hauptbahnhof, Wuppertal-Unterbahnen, Wuppertal-Bahnen, Wuppertal-Oberbahnen, Wuppertal-Langerfeld, Schwellen-West. Schwellen-Gegelsberg-Gegelsberg-Gegelsberg-Kipps-Gegelsberg-Gegelsberg-Gegelsberg-Knapp-Hagen-Besterbauer-Hagen-Häuging-Hagen-Werringhausen und Hagen. Information zu RB 64 nach Enschede, heute nach Gronau, Abfahrt 20 Uhr 43, heute ohne Halt in Glanaburg, Enschede-De-Eschmarke und Enschede. Information zu RE 11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof, heute nach Essen Hauptbahnhof, Abfahrt 17 Uhr 8, heute ohne Halt in Mülheim-Dösburg-Düsseldorf-Flughafen-Terminal und Düsseldorf Hauptbahnhof. Information zu RE 1 nach Aachen, Abfahrt 17 Uhr 32, heute ohne Halt in Bochum, Wattenscheid, Essen Hauptbahnhof und Mülheim und heute mit Halt in Herne, Gelsenkirchen, Essen Altenessen und Oberhausen. Information zu RE 3 nach Düsseldorf Hauptbahnhof, Abfahrt 17 Uhr 45, heute mit Halt in Essen Zollverein Nord. Information zu RB 89 nach Hamm Hauptbahnhof, heute nach Bielefeld, Abfahrt 8 Uhr 23, heute mit Halt in Hamm, Hesen, Ahlen, Neubeckum, Ölde, Reda-Wiedenbrück, Gütersloh, Isselhorst, Aachen, Düsseldorf, Aachen, Düsseldorf, Bielefeld, Information für Gleis, heute zusätzlicher Zug RB 69 nach Hamm, Bocum-Hövel über Mersch, Rinkerode und Münster-Hildrup, Abfahrt 8 Uhr 32. Information zu RB 69 nach Hamm Hauptbahnhof, heute nach Hamm, Bocum-Hövel, Abfahrt 8 Uhr 32, heute mit Halt in Mersch, Münster, Rinkerode und Münster-Hildrup. Information zu RB 64 nach Enschede, Abfahrt 11 Uhr 43, fällt heute aus. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz am Gleis. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RB 65 nach Münster, Abfahrt 14 Uhr 47, fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RB 64 nach Münster, Abfahrt 19 Uhr 7, fällt heute aus. Grund dafür sind Schnee und Eis. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RB 64 nach Gronau, Abfahrt 19 Uhr 21, fällt heute aus. Grund dafür ist ein Unwetter. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RB 68 nach Wuppertal Hauptbahnhof, Abfahrt 17 Uhr 28, heute ca. 10 Minuten später. Information zu S 28 nach Wuppertal Hauptbahnhof, Abfahrt 17 Uhr 28, heute ca. 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Information zu S 11 nach Düsseldorf Flughafen Terminal, Abfahrt 17 Uhr 35, heute ca. 35 Minuten später. Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung. Information zu S 3 nach Hattingen-Mitte, heute nach Hattingen-Abfahrt 19 Uhr 24, heute ohne Halt in Hattingen-Mitte. Information zu RE 3 nach Ham, Hauptbahnhof, Abfahrt 16 Uhr 5, heute ca. 5 Minuten später. Achtung, Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Information zu RB 64 nach Steinfurt, Abfahrt 6 Uhr 49, fällt heute aus. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RB 64 nach Münster, Abfahrt 7 Uhr 3, fällt heute aus. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 1 nach Göttingen, Abfahrt 18 Uhr 48, fällt heute aus. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 1 nach Glauchau, Abfahrt 19 Uhr 13, fällt heute aus. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 2 nach Kassel-Wilhelmshöhe, Abfahrt 19 Uhr 14, fällt heute aus. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RB 33 nach Aachen, Abfahrt 10 Uhr 38, fällt heute aus. Grund dafür ist eine behördliche Maßnahme. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 42 nach Münster, Abfahrt 16 Uhr 19, heute circa 5 Minuten später. Information für Gleis, heute zusätzlicher Zug RE 1 nach Hamm, Hauptbahnhof, Abfahrt 18 Uhr 33. Information zu RE 3 nach Düsseldorf, Abfahrt 18 Uhr 36, heute ohne Halt in Dortmund-Mengede, Kastrop-Rauxel, Herne, Wanne-Eickel, Gelsenkirchen, Essen-Altenessen und Oberhausen. Und heute mit Halt in Essen-Hauptbahnhof. Information zu RE 1 nach Hamm, Hauptbahnhof, Abfahrt 18 Uhr 33, heute circa 10 Minuten später.